Glaubst du, irgendjemand von Karpersonne sieht den Podcast? Oder irgendjemand, der Connections zu Karpersonne hat? Safe! Okay, weil, da muss ich jetzt mal ein Statement machen, ja, an Karpersonne. Karpersonne, ich weiß nicht, wer von euch auf die Idee gekommen ist. Und ich bin auch voll so, Umwelt und so bin ich voll für zu haben. Wirklich vom ganzen Herzen. Ich spare, wo es geht, Treibhausgase ein. Aber dieser Strohhalm, wirklich dieser Strohhalm aus Pappe. Schrott. Lass uns woanders sparen. Es ist wirklich Spaß, das macht keinen Spaß. Also warum macht man nicht einfach den Strohhalm, lässt man, aber man macht diese Plastik weg. Ah nein, diese Plastikverpackung. Umdrehung. Nee, nee, hier, dieses Plastik von dem Strohhalm. Mach Pappe. Und in Plastik. Und in Plastik. Bruder, hier, Problem gelöst. So, lösungsorientiert denken, Leute, lösungsorientiert. Es ist wirklich, es ist halt tatsächlich ein Grund, keine Karpersonne zu kaufen. Diese Pappe hinten. Bro, das Geile, jetzt, ich rede für alle. Nein, 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 du musst deine Grenzen kennen, verstehst du? Also, es gibt so bestimmte Linien, die darfst du nicht überschreiten. Kein Grund, Karpersonne zu kaufen, das ist so ein Wortspiel, was eigentlich gar nicht funktioniert in der Grammatik. Nein, Bro, es ist so. Bro, weißt du, was das Geile an Karpersonne und so ist? Dass du quasi auf diesem Strohhalm ein bisschen rumkauen kannst. Weißt du, was ich meine? Einfach ein bisschen chillen, runterkommen und so weiter. Und irgendwann, Karpersonne hat sich gedacht, komm, wir hören auf, wir gönnen das den Leuten nicht mehr und wir machen jetzt Pappe hin. Und das macht nicht mal Spaß, Bro, du musst die wegtrinken innerhalb von zehn Sekunden, weil sonst das Ganze nicht aufweicht. Ja, ja, naja, also so viel von. Ja, Digga, Podcast-Intro, hast du Bock oder mache ich Outro, machst du Intro, wer macht was? Ich mache Ad-Libs. Du machst Ad-Libs? Okay, ich mache Intro und machst währenddessen Ad-Libs, okay? Ja. Was geht, Freunde? Yo! Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Bam, Buckler! Ich komme Hörsturz, wenn ihr es hört. An meiner rechten Seite haben wir niemand geringeren als Pablo Escobar, a.k.a. Sami Hohmann und meine Wenigkeit. Und in diesem Podcast reden wir über sehr, sehr viele coole, interessante Sachen. Es geht um alles, was die Culture betrifft. Äh, Ad-Lib. Ad-Lib. Es geht um alles, was die Culture betrifft. Was sind das für Ad-Libs? Ähm, Musik, Fashion, alles. Wir sind auf jeden Fall Hype. Sehr, sehr wichtig, Leute. Einfach den kompletten Podcast gucken. Manche von euch kommen vielleicht auch von TikTok oder von woanders. Könnt hier auf jeden Fall immer den Podcast komplett schauen und alle Themen und komplett einfach durchziehen. Kommentieren nicht vergessen. Eure Wünsche für den nächsten Podcast. Also, wenn ihr noch Themenwünsche habt oder so, droppt das auf jeden Fall, äh, unten in den Kommentaren. Und vergiss auf jeden Fall nicht, den, äh, Podcast zu supporten und zu liken. Yes, sir. Das ist für die Culture. Das ist für die Community. Ja, Mann. Ja, Mann. Relativ treu zu unserem, äh, äußerliches Aussehen. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Aktuelles Aussehen. Aktuell. Bei dir wahrscheinlich wie immer. Ja, Mann. Bleibst du treu? Ja. Wechselst du? Wechselst du die Seite? Bro, ich möchtest mir, ich sag ganz ehrlich, ich möchtest mir offen. Ich bin, es wird primär bei mir. Ihr macht das so, wenn, also alle Durstlöcher, Trinker, das ist so euer Ding, so, ne? Ja, das ist. Ein Dreißiger schieben, ne? Tatsächlich unser Ding fresh zu sein. Nein, ich sag so, guck mal, erst mal den Namen, damit Leute checken gar nicht, worum es geht. Sag's ihm, Bro. Gib ihm die neuen News. Baggy Society in the House. Yes, sir. Ich glaub, ich war Mike viel zu nah, ne? Ich glaub auch, dass Leute wirklich deren Kopfhörer so abnehmen müssen dafür. Baggy Society in the House, Leute. Das ist der Name von dem Podcast. Weißt du tatsächlich, woher, wie ich auf die Idee gekommen bin? Ja. Es gab früher, weißt du, bei mir in den Anfangszeiten, ne? Von meinem Influencer-Fashion-Game. Ja, ja. Da hab ich irgendwann, ich glaub, da hatte ich so 10.000 Abländen auf Instagram. Und da hab ich eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Okay. Wo alle Zugang zu haben, aber auch meine Telefonnummer drin tatsächlich. Damals war es so voll normal. Und da hab ich immer Links reingeschickt. Wenn irgendwas Neues gedroppt ist oder für gute Sachen einfach so inswo. Und da gab's, glaub ich, 200 Member, dann zwei Gruppen oder sowas. Also Shoutout an alle da draußen, die in dieser Gruppe drin waren. Und die hieß Baggy Society. Geil. Geil, 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 geil. So entsteht sowas, Leute. Baggy Society. Droppt das unter jedem Video auf TikTok. Jedes Video, was ihr euch anschaut, droppt einfach in deren Comments. Baggy Society war hier. Also, damit ihr zeigt einfach, wir sind überall aktiv. Aktive Member. Übernahme. Aber zurück zur Frage von gerade eben. Glaubst du, wirst du dein Leben lang Baggy Jeans, Baggy Hosen rocken? 100 Prozent. Also, Oversize-Silhouetten auf jeden Fall. Also, ich hab kein Interesse an Slimfit-Silhouetten, glaub ich, forever. Niemals, glaubst du? Also, glaubst du auch? Also, wenn ich jetzt so einen Hulk aussehe und wie so Dwayne Johnson vielleicht eines Tages so mit so Slimfit-Oberteilen. Aber hast du früher Baggy Jeans, äh, hast du früher Skinny Jeans gerockt? Safe, 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 safe. Ja, ne? Die Phase mit Skinny Jeans, dann auch hier noch die Ripped an den, äh, an den Knien und so. Bruder. Hat jeder, ne? Irgendwie. Ja, safe. Aber dann frage ich mich, wenn damals war es ja anscheinend schon, war es Trend und man hat es gemacht. Ja. Und dann irgendwann kam es dazu, dass diese, ich sag mal, Ami-Wave, so Hip-Hop von früher, ein bisschen rübergeschwappt ist. Und auch mehr Leute auf den Film gekommen sind von Baggy Hosen. Aber glaubst du nicht, dass es auch genauso gut sein kann, dass in zehn Jahren das Ganze gar nicht mehr so drin ist? Das, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was ich schon über die Jahre, äh, gelernt habe, dass es gibt schon Momente, wo du bestimmte Sachen einfach für dich gefunden hast, wie ich für mich den Schnauzer gefunden habe. Der wird bleiben. Ja, Mann, das ändert sich dann einfach irgendwann nicht. Es gibt so bestimmte Sachen. Ich habe damals einen Mitbewohner gehabt, der war Marokkaner, Shoutout, äh, Ilyas, äh, der, äh, hat, äh, Psychologie studiert und, äh, war schon, ich weiß gar nicht, der war schon immer, ist er in Baggy Klamotten umgelaufen, weil er halt so 2000er Film gefahren ist mit diesen, äh, New Era Caps und so, bevor es in war, bevor irgendwas. Und, ähm, ich habe es damals auch schon übelst gefeiert, dass er so einen, einfach so einen eigenen Vibe hat und gar nicht, sagen wir so, ich will nicht sagen, nicht mit der Zeit geht, aber halt so konstant ist. Weißt du, was ich meine? Und das habe ich extremst gefeiert. Und da, das habe ich auf jeden Fall auch vor, so einfach mit der Zeit so einen Style zu entwickeln und einfach dabei die ganze Zeit zu bleiben. Sogar mit 50, mit 70, einfach die ganze Zeit einfach, du hast einfach deinen Vibe so. Einfach konstant bleiben. Habe ich auch übertrieben Bock drauf, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, es wird schwer. Ja, selbst. Weil es, Fashion und Mode ist so, wo das wandelt sich von Tag zu Tag. Von Woche zu Woche. 100 Prozent. Ähm, aber was ich so für mich, glaube ich, machen werde, ich werde meine Grundsätze haben, so, meinen Grundstyle. Ja, ja. Und dann probiere ich von Trends und allem, was ich nice finde, auch wenn es kein Trend ist, mir Sachen dazu zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Und dann einfach so switchen, gucken, was ich da mache. Also, du sagst einfach so bei dieser Capri-Sonne, äh, bei dieser, äh, Durstlöscher-Community. Das kommt jetzt wieder. Äh, also, du hast bestimmt das Bild von Playboy Cardi gesehen. Mit hinten. Mit dem Tanker. Mit dem Dingens. Das heißt, du sagst, also, bei euch ist es halt so. Durstlöscher-So-Mäßig. Ja. Also, ihr geht mit dem Trend so krass, dass sogar, sogar das schließt du nicht aus, theoretisch gesehen. Tatsächlich mein Bester. Finde ich es auch immer wieder sehr, sehr krass, was du so gegen, dass du so Durstlöscher alles in eine Gruppe steckst, in eine Schublade steckst. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir bei Durstlöscher-Community. Ich bin sehr gespannt, wie du jetzt hier dich so rausreden willst. Also, wie du aus diesem Labyrinth gerade rauskommst. Du hast gesagt, du wandelst. Du hast gesagt, Trends. Ja. Du gehst mit Trends und Trends wandelt sich. Mode wandelt sich. Mode, Bruder, das ist einfach Leben. Ja. Würdest du machen? Tanker tragen? Ja. Nein. Nein, sag niemals nein, Stan. Das heißt, sagen, Bruder, also Tankers, Bro, es muss gemütlich sein. Es muss gemütlich sein. Es muss fresh aussehen. Es gibt so ein paar Dinge, die werden einfach nicht fresh aussehen. Ich sage, bei Skinny Jeans. Sag ich, wie ist es? Ich habe gerade Angst bekommen, ne? Als du gesagt hast, es muss gemütlich sein, ne? Ich habe richtig Angst bekommen. Sind Tankers gemütlich? Bro, Tankers sind auch nicht gemütlich. Also, das ist schon mal so ein Ausschuss. Ich war gerade wirklich so, ich so, wow, wow, in welche Richtung geht es gerade? Also, ich sage jetzt Wild Statement, Bro, und viele werden jetzt sagen, was, ne? Ja. Aber, Skinny Jeans kann sein, man sieht sich in 10 Jahren Skinny Jeans. Tankers sind auch crazy. Tankers sind auf jeden Fall die Wave, Bro. Auf jeden Fall die Wave. Seit fünf Jahren lauft jeder mit Tanker hinten. Und zwar Netz-Tanker, nicht irgendein. Supreme-Tanker, Palace-Tanker. Easy. Louis V droppt auch noch so Man-Tankers. Uff. Das heißt auch nicht mal Tanker, das heißt dann Tevi. Ja, Digga. Bass. Ja, Shoutout an Dings. Auch er hat der Arme, Bro. Der rockt einmal hier seinen Bodyslip und die ganze Welt macht sich drüber lustig. Das ist, wenn du einmal so im Fokus bist wie ein Playboy Cardi, Bro, dann darfst du dir keine Fehler erlauben, ne? Oder beziehungsweise... Aber er ist provokant. Ich fand nicht cool. Das habe ich glaube, ich habe mir auch ein bisschen angetatscht letztes Mal. Ich glaube, wir brauchen das auch gar nicht groß zu besprechen. Aber ich fand es nicht so, so, so geil, dass er dann zwei Tage später Baggy mit Eviso Jeans und Fitted Cap... Es kann sogar sein, dass es komplett so real war und einfach, er hat einfach Bock auf dieses Outfit gehabt. Ja. Aber es kam mir ein bisschen zu sehr, ich muss jetzt ganz schnell meine männliche Seite... Er hat sich Sachen zu Herz genommen, ja. Männlich, müssen wir rausnehmen. Das ist das Team. Wusstest du, dass Aiden Ross und Playboy Cardi wieder einen Stream planen? Part 2? Also wenn er nochmal zwei Millionen geben muss, weißt du nicht, oder? Ich weiß nicht, was für Summen da auf Tisch liegen. Alle haben auch schon so kommentiert und so, dass Aiden Ross zum zweiten Mal abgezogen wird. Zum dritten Mal schon. Zum dritten Mal schon abgezogen wird. Aber anscheinend haben die sich wieder cool geschlossen und vielleicht wird es da ein bisschen was geben. Früher war ja, also Playboy Cardi war ja so, Cash Cardi Zeiten war der voll open und so. Der war ja, der Lusi und so waren die echt cool miteinander und echt open. Vielleicht kommt das wieder. Ich glaube, das würden viele Fans freuen. Auf jeden Fall. Also, aber es ist ja dieses, es gibt ja so zur Zeit zwei, glaube ich, so Varianten. Entweder als Rapper oder als Artist, du bist so voll open und bist halt so jemand wie Liliadi oder so, der einfach jedes Interview mitmacht und einfach gar kein Problem damit, einfach so extrem in der Öffentlichkeit zu stehen und gar nicht dieses Mysterium zu haben. Also, Drake ist ja auch so. Oder du bist halt so jemand wie The Weeknd oder Playboy Cardi oder so, die komplett einfach dieses Mystery gerne beibehalten. Also, ich finde es persönlich outdated so ein bisschen. Dieses Mystery? Ja, ich finde es so ein bisschen, okay, ja, wir haben es sehr oft erlebt, okay. Und ich finde, Will Smith hat es damals sehr gut erklärt, dass einfach die Zeiten, wo ein Schauspieler immer so abgetaucht ist und nur an dem Filmpremiere auf einmal siehst du den und sonst siehst du nur so Paparazzi-Bilder, sind vorbei. Jetzt will jeder wissen, will die Story sehen, will dein Leben ein bisschen sehen und so. Ja, ich finde es so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich finde es cool. Ich finde beides cool. Mystery, findest du? Ja, also ich finde, einem anderen finde es einfach geil, weil es mehr, weil Leute interessieren sich dafür, wie leben die. Was haben die für ein Leben? Was machen die? Wie denken die über Dinge? Weißt du, was ich meine? So was wie, ich glaube, Lelyadi, Teil-Creator auch super offen, was sowas angeht. So was ich meine, sehe ich super gerne, ist geil für den Consumer. Aber ich finde dieses Mystery, Mystery ist halt so eine Komponente von Hype. Wenn man nicht weiß, was kommt und was auf einen zukommt, dann ist das so ein bestimmter Hype, der erzeugt wird. Das finde ich persönlich schon ziemlich nice. Aber ich finde es halt ab dem Zeitpunkt, wo man sich, jetzt gar nicht auf Leberkardio oder so bezogen, aber abdem man sich zu gut wird für irgendwas und das Ganze abgehoben wird oder wirkt zumindest, finde ich, es wird ein bisschen gefährlich für die Personen und auch ein bisschen schade von außen. Das ist so mein Problem mit dem Weekend. Ich finde einfach, es ist schon so lange so, dass ich mir denke so, okay, wir haben es verstanden. Und jetzt? Weil ich habe keine Ahnung, kannst du dir ein bisschen, kannst du was über ihn sagen? Ich weiß nichts über ihn, ich höre nur seine Musik. Nicht mal das mache ich ab und zu, aber ich weiß nichts über ihn. Ich finde es schade, weil so minimal sogar ein großes Interview oder so, weißt du, ich meine, es gab auch eine Zeit, wo Drake so ein bisschen mehr im Hintergrund war und dann kam dieses eine große Interview mit, glaube ich, ich weiß gar nicht, mit wem er es war, aber es war auch auf YouTube so ein Interview, ich glaube, das war sogar auf seinem Kanal. Das fand ich cool, weil dann hat man so zwei, drei Jahre gefühlt immer nur so Gerüchte gehört, ja, das könnte stimmen, wie ist das passiert, wie ist die Geschichte damals mit Adonis und dem Diss mit so dem Beef mit Kani und so und dann einmal kurz aufklären und dann wieder vielleicht ein paar Jahre verschwinden. Finde ich viel cooler, als einfach jahrelang die Leute im Dunkeln tappen zu lassen. Frank Ocean macht es ja auch so ein bisschen. Ja, Frank Ocean. Funktioniert für ihn, glaube ich, auch ganz gut. Ich weiß nicht, das ist eine Frage, die ich dir stellen würde. Denkst du bei manchen der großen Artists wie Rihanna, Cardi B, keine Ahnung was, die mal so richtig heftig Hype hatten, wenn die jetzt nochmal droppen oder anders gesagt, denkst du, dass sie nicht droppen, weil die dieses eine Ding, diese Bar, die sie gesetzt haben, nicht kaputt machen wollen? Weil so habe ich das Gefühl. Erstmal shout out Rihanna, sie hat heute Geburtstag tatsächlich. Uuuuh, Riri. Shout out Rihanna, wenn du den Podcast siehst. Happy Birthday. Das war ein bisschen zu smooth und ich weiß nicht, ob du weißt, dass sie schon jemand hat, ne? Ja, ich finde... Also die Art, wie du in der Kamera gerade geguckt hast und es gesagt hast, war schon ein bisschen... Ich wollte meinen Shot shooten, aber ich meine, vielleicht ist der Brock hier so... Die checken, die verstehen Deutsch, ne? Echt? Baggy Society ist der Podcast, Bruder. Das wird translate sogar in Chinesisch. Ey, ich antworte sofort auf deine Frage. Nein, warte, das mache ich für nachher, aber ich antworte jetzt mal auf deine Frage. Ich denke, ja, man hört ja, dieses Sprichwort, ich kann nicht so überdeutschen, was ich meine, aber es gibt diese Sprichwort, man hört immer dann, auch wenn es am besten ist. Ja. Ja, ich glaube, das ist so. Bei vielen Personen, dass sie jetzt quasi so an ihrem Peak waren. Rihanna, zum Beispiel Eminem, ist eine Person, die zum Beispiel meiner Meinung nach weiter durchgezogen hat, an einem Punkt, wo sein Peak schon war. Ja, selten. Eminem hat weiter durchgezogen und er muss sich, glaube ich, jetzt von vielen Leuten im Nachhinein anhören, dass er hätte aufhören sollen, wenn es am besten wäre. Ja. Ich als Eminem-Fan oder Hörer bin happy, weil er weiter Musik liefert. Für mich muss es nicht diese Bar übertreffen von damals. Für mich ist es einfach, ey, geil, der hat die Liebe dazu, der bringt es weiter raus und so weiter. Das würde ich mir bei dir wünschen. Aber denkst du, das schadet den Image? Beispielsweise, stell dir vor, du bist so jemand, du bist so ein, du bist Rihanna jetzt, ne? Äh, nur vorstellen, ne? Ja. Also nicht wirklich Stange tragen und so. Also ich meine jetzt nur vorstellen, ne? Okay, 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 okay. Äh, by the way, äh, Rihanna trinkt durchs Leuchern mal. Aber ja, erzähl weiter. Cap! Das ist der größte Cap, den ich hier gehört habe. Aber, äh, nee, also stell dir vor, so, du hast beispielsweise eine Million, ähm, keine Ahnung, wie das genau funktioniert mit diesen ganzen Alben und so, was jemand wie verkauft hat und so, aber, ähm, du hast beispielsweise keine eine Million verkauft, obwohl eine Million ist bestimmt crazy, ne? 500.000 verkauft, so, ne? Ähm, an, ähm, Alben oder, ja, auf jeden Fall Einheiten oder wie das heißt. Und, äh, das war dein Peak, das war so dein crazy Alben oder sogar das zwei danach oder so. Die machen ja immer nach dem Peak noch ein, zwei, um alles noch mitzunehmen, verständlich. So zwei, drei danach hast du noch 500 verkauft, alles läuft noch Baba. Ab dem Moment denkst du dir, okay, du nimmst dir Pause. Dann hast du fünf Jahre Pause oder bei Rihanna sind das ja fast zehn Jahre oder so, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt. Äh, und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn du nach so fünf, sechs, sieben Jahren kommst, und sagst, okay, wenn ich jetzt droppe, dann sind vielleicht nur noch 100. Und dann ist es ja bei Cardi passiert, glaube ich, oder bei wem war das, oder Beyoncé oder so, wo die Zahlen nicht gut waren. Und das ist ein riesen Star, Bro. Und ich glaube schon, dass es an deinen Fame so ein bisschen für bestimmte Leute, die halt zahlen-driven sind, kratzt. Du hast recht, an diese Main-Supporter oder Fans, so wie du beispielsweise bei Eminem. Du sagst, boah, geil, ich höre einfach seine Musik, ist mir egal, doch, ob die Zahlen gut oder schlecht sind. Aber gleichzeitig hast du halt dann schon in der Mainstream oder in der großen, weiten Welt schon ein paar Leute, die dir dann sagen, hä, ist Rihanna jetzt nicht mehr cool? 100 Prozent. Ich glaube, es ist so, bei vielen Beispielen, wenn man jetzt nur vom Image ausgeht, gibt es einen Zeitpunkt, wo du aufhören solltest. Und wo du dann den Besten, um ein OG zu werden, weißt du, ich meine, gucken wir uns an, okay, bei den beiden war es fatal. Tupac und Biggie Smalls waren gerade übertrieben am Poppen. Dann wurden die jetzt gezwungenermaßen, haben sie dann aufgehört, sind jetzt Legenden-Status. Weißt du, ich meine, wer hat noch früh aufgehört? Jay-Z. Jay-Z. Geil. Nas hat weitergemacht, weißt du, ich meine, und da merkt man, wenn man, das halt auch ein bisschen dieses so Outcast auch, also es gibt so allgemein so ein paar, die sich quasi zurückgezogen haben. Ja. Und hätte das Rihanna, oder hätte das Eminem gemacht, wäre jetzt 100 Prozent OG. Ja. Weißt du, ich meine, viele würden auch sagen, er ist jetzt OG so, aber ... Er ist auch OG, Bro. Normal, was der gerissen hat und so. Aber solange die Musik droppen, solange die greifbar sind für uns, ist das, ja, hat man eben diesen Status in dem Sinne noch nicht, diesen Image-Status, finde ich. Also ich finde es cooler persönlich, wenn bestimmte Leute so einen bestimmten Punkt erreichen und die sagen, ich droppe bei dir so Singles, so einmal so ein geiles Single, so, finde ich cool. So Bruno Mars hat auch lange nicht mehr jetzt ein Album gedroppt, aber hier und da taucht immer jede zwei Jahre mal so ein Single. Ich bin kein Bruno Mars-Fan, aber ich glaube, es gibt so bestimmte Songs, die sind so big, Alter, du kommst gar nicht drum um ihn herum, so weißt du, was ich meine. Ich feiere auf jeden Fall das Interview von ihm, Karl Paul Karaoke oder so. Oh, der hat so einen Vibe, der Typ. Ja, der hat so einen crazy Vibe, das ist richtig krass. Also der lebt, glaube ich, wirklich auf siebten Himmel so. Hawaii-Jahre, Alter. Der Chebe, der Hawaii-Hemte, Alter. Auf jeden Fall, ja, also ich kann mich schon gut vorstellen, dass das cool ist, dass du beispielsweise auf Social Media extrem aktiv bist, beispielsweise Interviews. Jay-Z ist ja beispielsweise die letzten zwei Jahre speziell extrem aktiv auf einmal. Der ist ja auch jetzt zu den Grammys, da kommen wir ja auch gleich zu, oder? Der hat jetzt einen Grammy gewonnen, glaube ich, oder so. Ja, lass uns nachher überreden. Ja, genau, also der geht ja auch auf einmal zu solchen Awards und so und gibt auch ein paar Interviews. Man sieht auch, so tauchen immer mehr Videos auf Social Media. Das heißt, weil ich stelle mir halt immer so vor, bei jemandem wie Jay-Z, der auch Milliardär ist, das heißt, wenn du ihn auf der Straße ansprichst und er antwortet dir, das ist bewusst, Bro, er nimmt sich diese drei Minuten oder was auch immer, um dir zu antworten. Du hast gesagt, er hat Bock, weil er muss wirklich gar nicht stehen bleiben. So null, null, null. Er braucht keine Publicity, er braucht gar nichts. Und das ist halt so, wo ich mir denke, so okay, krass, das heißt, so die wählen diesen Weg und ich finde das echt cool, weil du bist jetzt schon älter geworden. Ich denke mir so, ich will was von dir lernen und ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, oh gee, dann wärst du so zu diesem Mentor, weißt du? Ja, das ist ja das Ding. Aber du hast recht, wenn man weitermacht, dein Album droppt und so, kann es schon kommen, bei einem gewissen Punkt, dass es halt wirklich so ein bisschen so immer verglichen wird mit dein Bestes. Weißt du? Das stimmt, das stimmt. Ich glaube auch, wenn jetzt zum Beispiel, ich mag das Beispiel nicht, weil die einfach Rest in Peace von uns gegangen sind. Aber allein, wenn Michael Jackson jetzt da wäre und weiter Musik machen würde und sowas, er wäre nicht in dem Image. Er hat ja sogar ein bisschen weitergemacht, so am Ende, aber war auch nicht mehr so krass. Ja, also ich glaube, die wissen selber, wann deren Zeitpunkt ist, aufzuhören und mehr quasi in diese Essenzen loszugehen. Ja, die haben ein großes Management, viele Berater und was weiß ich. Hätte ich auch mal gerne einen sich, wie das aussieht. Ja, das wäre crazy, wenn einfach beispielsweise, also so, es gibt ja schon viele Levels von so Stars, aber wer hat so ein Busy Life? Okay, Drake. Drake hat Busy, Busy Life. Oder wer ist big und hat ein Busy Life? Boah, in Kanyas Leben weiß ich nicht, ob ich, ich glaube, das ist mir so Chaos. Ich glaube, Kanye lässt sich auch nichts an. Ja, das ist halt wirklich, das ist wirklich alles sehr spontan. Travis hat zum Teil, aber Travis scheint mir auch manchmal sehr so spontan. Also der, das wirkt manchmal so ein bisschen, als hätte er auch so, ja, so darauf habe ich jetzt gerade Bock, das mache ich jetzt. Also was super interessant wäre so, wäre immer so Kim Kardashian oder sowas. Weil die sind wirklich, ich glaube, die wachen auf und die haben eine Person, die sagt dann wirklich, du gehst dahin, dann dahin, dann kommst du wieder und machst du das. Ja, so jemand wäre krass auf jeden Fall. Diese großen, großen Hollywood Stars mal so einen Tag zu begleiten. Obwohl, du weißt gar nicht, ob einen Tag sogar fast lange, du erwischst genau der Tag, der dann langweilig ist. Aber so einfach mal. Glaubst du, die haben einen langweiligen Tag? Aus unserer Sicht langweilig? Also aus unserer Sicht vielleicht nicht langweilig, aber die haben auf jeden Fall bestimmt Tage, wo gefühlt nicht viel los ist. Und die haben Tage, wo frisch oder Wochen, wo viel los ist. Das weißt du, was ich meine. Und deswegen also so einfach mal zu begleiten bei so Busy-Woche, wo die von einem Shooting zum nächsten, ein Meeting zum nächsten und das ist schon crazy. Hätte ich Bock drauf, tatsächlich. Ich schreibe, ich schreibe nachher mal DMs. Ich frage nachher mal. Ey, hast du Bock? Ich komme mal 24-7, ich habe da so ein neues Format. Sammy, ich sage Sammy. Du hast doch schon ansonsten. Genau, Durstdorcher auf meinen Nacken. Ich bring Durstdorcher mit. Ja, wäre sehr interessant. Thema, was wir letztes Mal im Podcast komplett übersprungen haben. Ja. Aber doch sehr relevantes. Sehr relevant war, die Grammys waren vor ein paar Wochen. Genau. Travis hat nichts bekommen. Travis hat nichts bekommen, Bro. Also alleine, ich gucke die Grammys schon lange nicht mehr. Ich gucke schon seit dem einmal, wo auch da, ich bin Travis-Fan und wo Travis nichts bekommen hat. Und irgendjemand anders. Und dann hat Drake eine Ansprache gemacht oder so. Und dann haben die den gecuttet, weil er gesagt hat, irgendwie so, wenn du Leute hast, die im Regen stehen für dich. Und du brauchst diese ganzen Trophys nicht wirklich. Der hat auch dieses Jahr wieder den ganzen eine Story gewidmet. Und hat rausgehauen, dass das nichts zu sagen hat. Das ist einfach nur so ein Circle von irgendwelchen Leuten, die sie selber als wichtiger nannt haben. Safe. Womit er auch recht hat. Der hat auch einfach in einem Song so gesagt, dass sein Grammy einfach sein Doorstopper ist. Das finde ich auch ein bisschen provokant. Aber feiere ich auch. Kanye hat da reingepinkelt, Bruder. Hatte ich? Weißt du, nicht dieses Video? Hä? Was habe ich verpasst, Digga? Schon zwei, drei Jahre her. Ist der auch gekänzt von Grammy schon lange? Keine Ahnung. Aber der hat auf jeden Fall denen alles gegeben. Hat der echt durchgezogen. Ja. Ist auch so eine Kanye-X-Rin. Ja, das heißt, wir haben Drake gegen Grammy, beziehungsweise ein bisschen am Haten. Kanye und auch den guten Jay-Z, wie du gerade eben meintest. Der hat seinen Grammy bekommen, ist auf die Bühne und hat einfach in der Ansage gedrückt, dass das eigentlich richtig unbedeutend ist. Jay-Z konnten die nicht cutten. Haben die auch alle gekattet, die gut sind. Haben die einfach die ganze Welt gegen sich. Genau. Und ich glaube, das ist dieser Status, den du hast. Weil du weißt, wenn du Jay-Z cuttest, hast du wirklich die Hippie-Hop-Community komplett auf die Parikam. Landst du Knast, Vittorio Lanes. Ja, das ist, ciao. Also, ich glaube, Drake kannst du cutten, weil in der Community selber gibt es viele Leute, die Drake nicht feiern. Aber Jay-Z, egal ob du seine Musik heutzutage noch hörst oder nicht, hat für uns alle so einen Vorbildstatus. Wenn du ihn cuttest dann und sagst so, er ist gerade noch am Reden und du machst so, boom. Ich fand es krass, dass sie ihn nicht gecutt haben. Ich habe voll erwartet, dass sie ihn cutten. Der hat ja verdammt viel Einfluss, der Mann. Weil ich meine, der in seinen Jahren so, also der ist wirklich, glaube ich, einer, von dem ich mitbekommen habe, so einer hat Einfluss reichst in der Rap-Szene. In der Hip-Hop-Szene sogar. Auf jeden Fall. Rock Nation ist big als Management. So, ich glaube, speziell im Sport sind die riesig. Also sehr viele NBA- und NFL-Spieler. Dann haben die auch so, die managen so Brianna, bla, also die managen halt big, big, big people. Yes, sir. Ja, also Travis Scott, du würdest sagen, er hat zu Unrecht nichts bekommen. Hättest du ihm das gegönnt? Also, ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen für Utopia, aber für die vorherigen Alben auf jeden Fall. Also, lass mal jetzt Utopia, manche feiern das, manche nicht. Aber für die davor, über was reden wir hier? Also, der Hype und die Songs und die Streams und die Zahlen und die Tour und das Festival, egal mit den Problemen, die passiert sind. Oh, so jemand braucht einen Grammy. Also, dann verstehe ich nicht ganz, warum Taylor Swift Grammys hat. Ich weiß, es gibt so auf TikTok und auf Social Media so diese Taylor Swift Hate. Ich bekenne mich dazu. Also, ich check einfach nicht, warum sie so big ist. Ich bin kein Hater, aber ich check's einfach nicht. Ich höre sie nicht. Und ich würde nicht sagen, dass ich die Streaming-Zahlen ausmache, aber ich kenne niemanden, der Taylor Swift hört. Ich glaube, erst, also ich bin auch deiner Meinung, für mich ist Taylor Swift auch eine sehr uninteressante Person. Weißt du, ich meine? Ist einfach eine Person, die ich so, wo ich mich nicht so sehr für interessiere. Aber ich glaube halt bei ihr, so ist es halt einfach die Musik, die ankommt. Also, ich finde, Taylor Swift und The Weeknd sind für mich... Taylor Swift ist so jemand, für mich so, ich gehe in H&M und die läuft da einfach im Hintergrund, das ist so... Ja, also ich, ich sage, ich checke. Ich glaube, es ist der Musik, die einfach eine breite Masse an Leuten anspricht. Weiß ich meine. Aber ja, also dieses Jahr, Jeff Scott hat nichts bekommen. Kein einzigen Remy. Dafür hat jemand anders drei Kategorien abgesahnt. Killer Mike hat, ich glaube, für Album des Jahres, für Song des Jahres und Performance des Jahres. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich habe nur gelesen, dass er es hätte früher bekommen müssen. Killer Mike ist eine Person, die so ein bisschen... Ich muss auch ehrlich sagen, ich kannte seinen Namen. Weißt du, woher er seinen Namen kannte? Kendrick Lamar hat mal über den geredet. Ah, okay. Also, der so bei Kendrick und so hat er auf jeden Fall anscheinend Respekt. Und für seinen Skill und so. Das war auf jeden Fall eine Anzeige. Ja, der hat mal einfach in der Line so komplett random gedroppt. Wenn es wirklich ums Rappen ginge, dann wäre so jemand wie Killer Mike schon lange viel erfolgreicher aktuell. Der ist halt lange dabei. Der hat auch früher mit Outcast, die haben ja so damals so ein crazy Album gedroppt. Und da war ja ein Feature drauf und so. Aber der ist halt jetzt aus dem Nix wieder gespawnt. Er ist so kulturpolitik bezogen und so. Also irgendwo, ich glaube, ich verstehe den Ansatz im Gegensatz zu vielen. Viele andere sagen komplett robbed, also komplett random, dass der da gewonnen hat. Ist da random ist es nicht, aber ich hätte in der Stadt auch, allein für Performance des Jahres, hätte ich Travis Scott gegönnt. Also, keine Ahnung. Ich bin da auf jeden Fall ein bisschen unwissend und kann jetzt nicht so viel darüber sagen. Ich kenne seine Musik nicht wirklich. Ich habe bestimmt mal was gehört. Ja. Aber ich war jetzt nicht, also der Einzige, den ich so kenne von diesen bisschen so Rap-OGs oder Lyrical-Leute aus den USA ist Andre 3000. Ja, ja. Wie findest du den? Der ist krass. Da finde ich die, also da muss ich halt sehr oft, wenn ich manchmal Sachen von ihm höre, stoppen und dann nochmal hören, um so richtig zu realisieren, was für eine Andeutung oder, das sind zum Teil Hörer-Glyphen. Hörer-Glyphen. Deutsch ist im Arsch. Was sind Hörer-Glyphen? Ist das nicht so, dass die Ägypter und so? Ägypter, so auf Wände geschrieben haben. Ja, ich glaube schon. Aber ja, okay. Und für mich ist einfach, was der macht, ist einfach so crazy, diese Zweideutigkeit und so und so. Ist sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall Gehirntraining. Ja. Weißt du, aber bei Killer Mike, also wenn er zumindest lyrical, so krass ist, dann ist es natürlich sehr cool. Also ist ja auch, ich habe dir erzählt jetzt, ich glaube vor ein paar Tagen habe ich dir erzählt, ich habe mir dieses Interview von Liliari mit J. Cole. Ja. Angeguckt und da haben die beispielsweise darüber geredet, über deren Beef. Weil Liliari hatte ja mal Beef mit J. Cole und er hat ihn gedisst in einem, in seinem dritten Song. Hat Liliari J. Cole gebeefst? Ja, 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 genau. Und das war Liliaris dritter Song. War das schon ein Poppen oder war der damals? Nein, nein, nein. Der war neu und dein dritter Song war ein Diss gegen J. Cole. Also du hast hier so den krassesten in deinem dritten Song, um ihn zu dissen. Aber es ging gar nicht um Dissen in eine bestimmte Sache, sondern es ging einfach darum, dass J. Cole fand damals, dass halt diese ganzen lyrical Rapper einfach out sind. So, es reicht hier mit deinen, so, wir sind zu voll krass. Weil er ist ein Mumble-Rap-Witner. Ja, genau. Und dann hat J. Cole halt geantwortet und gesagt, so, weil seid ihr Rapper, bla, bla, bla. Und die haben so ein bisschen drüber geredet und ich fand es halt echt krass, dass Yadi so jetzt im Nachhinein sagt, und das habe ich selber gemerkt, dass halt gerade schon eher diese lyrical Rapper, wenn man die überhaupt so nennt, gerade so wieder upcoming sind. So die letzten zwei Jahre, würde ich schon sagen. Save. Ich glaube, das ist immer diese Gegenbewegung. Ja. Wenn das lange Zeit nicht da war, dann überlegt Leute wieder, was gibt es, was gab es früher, was interessant ist. Ja. Und dann greifen die wieder zurück dahin. Na, was bist du denn? Welches Team bist du? Wenn du jetzt sagen willst, Rest deines Lebens. Okay, wieder eine Frage. Rest deines Lebens, nun noch so diese New School Modern Rap-Trap, sprich Mumble-Rap, wo ich auch Travis Cotton so dazu zähle, ne? Oder mehr diese wirklich lyrical Rap, sei es K-Dot, sei es J. Cole, ja, so. Würdest du Drake als lyrical? Er kann, er kann, er kann, aber er ist nicht. Fürs Leben lang. Ja, jetzt Rest. Wenn ich noch so nebenbei noch so andere Musik hören darf, so irgendwelche so smooth R'n'B oder so. Ja, ja, aber halt was die Richtung angeht, nur noch eins von den beiden. Dann würde ich schon lyrical nehmen, weil dieses, ähm, diese Atlanta-Wave geht halt manchmal, ist so sehr singsang, dass ich mir denke, ich kann mir das viel besser woanders noch zum Teil reingehen. Ah, schicke. Und dann habe ich aber trotzdem, weil wenn ich das, diesen lyrical, so Bar-Spitting gar nicht habe, du hast es ja nirgendwo. Gutes Argument. Weißt du, so, du kannst ja, was willst du hören, Country-Music? Poetry-Slams. Poetry-Slams. Ey, das war echt eine sehr, sehr, sehr clean Argumentation gerade. Du hast mich, ich war gerade zwischendurch selber überlegen, aber du hast mich gerade überzeugt. Ja, du musst, du musst, du brauchst ein gutes Gleichgewicht. Das ist so wie bei einer perfekten Capri-Sonne. Wie kann man denn etwa so einen geilen Moment so kaputt machen, Alter? Wie geht das? Ja, Mann, ja, Mann. Machen wir weiter einfach am besten. Bleiben wir beim Thema. Ja. Und zwar bei Musik. Ja. Kanye ist ein sehr, Kanye schafft das einfach immer wieder in den News. Er schafft das immer wieder in den Trends. Ich finde, Kanye muss ein Grammy dafür bekommen. Für in den Trends kommen? Für irgendwie. Es sind ja keine Comebacks mehr. Wie oft willst du Comebacks machen? Relevant sein. Kanye, genau. Er braucht ein Grammy. Dauerhafte Relevanz. Konstanz, ja. Konstante Relevanz. Und zwar aus dem Nichts. Du kannst ihm Geld wegnehmen. Er schafft es wieder. Du kannst versuchen, ihn mit crazy Sachen zu canceln. Er schafft es wieder. Du kannst Trennung, Divorce, Scheidung. Er schafft es wieder. Bro. Was willst du noch? Manchmal frage ich mich, ne? Das ist jetzt wirklich wieder ein Gedankenexperiment, ne? Ich brauche jetzt eine Antwort von dir da. Imagine. Unser guter Kanye. Ja. Er ist jetzt auf der Straße. Ja. Obdachlos. Ja. Er hat kein Geld. Ja. Er hat keine Kontakte. Keiner kennt seinen Namen. Von Null. Glaubst du, er wird es schaffen, wieder on top zu kommen? Nein. Glaubst du nicht? Nein. Mit all seinem Knowledge. Er hat das ganze Wissen, hat er. Ah, ja. Das kann sein. Aber wenn du jetzt einfach den Kanye nimmst, der so manchmal ein bisschen verrückte Aussagen macht und du nimmst ihm Geld, Fame und Kontakte und dass Leute ihn kennen weg, dann bleibt er verrückter. Aber das Wissen hat er. Das Wissen hat er. Das ist das Argument. Ich glaube, mit dem Wissen könnte er, wenn er jemanden kriegt, der ein bisschen an ihn glaubt, das kann schnell bei ihm dann passieren. Dass wenn er einfach jemanden findet, der sagt, okay, ich investiere in dir in Taui und dann macht er in so eine behinderte Kollektion, so auf ganz schnell, so ein Schuh oder so und schon bist du on top. Aber wenn er das nicht mal, wenn er den Knowledge oder wenn er zumindest irgendwie niemanden findet, dann könnte es schwierig werden. Weil die Art, wie er drauf ist, wenn du jetzt, wenn du jemand wie Kanye, jemand, der genau diese Craziness hat, draußen auf der Straße trifft und er redet ja nicht nur über Fashion, er redet über Politik, Fashion, alles Mögliche. Du würdest auch so kurz zu denken, so wow, was geht bei dir? Hast du Durstlöcher getrunken? Sollen wir diese Carbosonne-Durstlöcher-Debatte jetzt ein für alle mal beenden? Nein, das ist ein Bestandteil. Okay, du willst weiter clashen. Okay, ich bin down dafür, ich bin down dafür, weil die Leute wissen auch, was besser ist. Wir machen einfach, ab jetzt, ich bin Team Carbosonne, du bist Team Links und Leute sollen immer kommentieren. Und was mehr Kommentare hat er gewonnen? Okay, easy. Ich bin Team Carbosonne, Team Durstlöcher, aber wenn das geclippt wird, Alter. Zurück zum Zimmer. Alle clippen, diesen Moment nehmen, der geht in die History, in den Archiv, in den Büchern der Geschichte von Streetwear Deutschland. Sam hat es ausgesprochen, Leute. Ja, stimmt aber nicht. Es ist halt, sobald, also solange Kanye an dem Punkt ist, wo er ist, wo er was gebracht hat, er hat Cash und so, und er hat Impact und sowas sagt, ist er ein Genie. Wenn aber ein obdachloser, random Person sowas sagen würde, wäre er verrückt. Weil ich meine, so, so, da ist richtig so ein kleiner Spalt dazwischen, so, deswegen. Ich würde ihn nicht unterschätzen. Nein, nein, nein. Du weißt nie, ob er das dann trotzdem hinkriegt. Am Ende, so, ich, ich, für mich ist er einfach wie so, keine Ahnung, wie, wie heißt dieses Tier, was die ganze Zeit die Farbe ändert? Chameleon. Ja, Mann, er ist einfach ein Chameleon, er kann alles. Aber wieso, letztes Mal hast du das angeführt, aber ich habe nochmal nachgeguckt, da ich mir das nochmal angeguckt habe, wieso Chameleon? Weil du kannst keinen, egal wohin tun, er wird dich anpassen und irgendwie ist wieder so, oder er kann auch, er kann zum Teil, das finde ich auch bewundern sehr, darum Chameleon, er kann zum Teil so, so camouflage werden, dass er, dass diese Sachen an ihm abprallen, dass du, es vergisst einfach irgendwie, so, weißt du, weil normalerweise so bestimmte Stars wie Chris Brown, die Geschichte mit Rihanna, wir haben ja heute über Rihanna geredet, das verfolgt den, das wird auch nie weggehen, was da passiert ist und, das heißt, es ist so wie so ein Stamp einfach zum Teil. Oh, ich schicke, worauf du ihn aus willst. Weißt du, dass immer, wenn du ihn siehst, du denkst so ein bisschen dran, er erinnert sich an dieses Bild, aber bei Kanye, das verschwindet einfach. Stimmt, keiner redet mehr drüber, was der gesagt hat. Er ist einfach gerade krass. Keiner redet über seine Judenfeindlichkeit und so ein Stuff, ne? Das ist krass. Leute haben vergessen, wie macht er das? Kanye ist einfach Kanye, bro. Ich sag, wenn er ein Tier wäre, weißt du, was er für ein Tier wäre? Kanye als Tier wäre eine Ziege. Weil er Goat ist? Ein Goat. Weiß ich nicht. Ziege ist entspannt. Dein Zerbitten. Die sucht keinen Stress. Ja, nein, ja. So, die lebt ihr Leben, steigt irgendwelche Berge und so. Okay, 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 chill. Bei dir hat ein bisschen mehr Sinn gemacht, bei mir. Wegen Ziege, Goat. Aber du hast recht, als Tier, Kanye, wäre so... Nein, nein, Chameleon ist gut, ich finde das gut, nehmen wir mit. Chameleon, meinst du? Hast du gerade gesagt. Es gibt aber noch nervige Tiere. Meinst du jetzt so vom Charakter her? Ja. Boah, Kanye, was wäre Kanye für ein Tier? Taube. Taube? Taube sind überall, die tauchen noch hoffentlich aus dem Nichts aus. Wie heißt... Rabe wäre Kanye. Raben? Ich habe noch nie Raben gesehen. Obwohl, doch... Doch, obwohl die sind... Ja, doch. Nee, die klauen auch Sachen. Nee, der Rabe wäre... Er klaut nicht wirklich. Nee, der Rabe wäre... Der Rabe wäre Drake. Tschüss. Tschüss. Ähm, ich sag... Wo braucht es so ein nerviges Tier, so ein penetrantes Tier? Was... Du wirst es einfach nicht los. Boah. Ey, ich weiß es nicht, ja. Leute sollen kommentieren, was das für ein Tier ist, ich weiß es nicht. Also, ich sag, diese Chameleon hat schon Sinn gemacht, für mich ist er ein Goat. Lass bei Chameleons decken und eine Taube auch, ich finde Tauben auch. Der geht auf Tour jetzt. Oder Listening Parties hat er jetzt. Ja. Ja. Ähm, du hast sogar ein Ticket. Ja. Für wo? Ich gehe Paris. Wo bist du hyped? Auf jeden Fall. Ich habe den bis jetzt einmal gesehen, äh, im Travis Scott, äh, Silcus Maximus Konzert in, äh, Rom. Aber das waren so vier Minuten oder so. Und, äh, ich bin extrem, 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 extrem gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Und, äh, ob er überhaupt kommt. Also, bei, bei so jemandem wie Kanye kann ich mir auch vorstellen, dass er gar nicht kommt. Ist meine Angst, so. Ich habe einfach Geld umsonst dann ausgegeben. Ich glaube, der wird aber zurückzahlen, oder nicht? Aber kann, der wird trotzdem abfuckt. Aber, ja. Du bist halt hängen gefahren. Ja, ich checke. Ich wäre, wenn ich du wäre, wäre ich übertrieben hyped, weil, bro, der hat seit, ich glaube, der hatte ein Jahr Sperre. Mhm. Von Konzerten. Ja. Ähnlich wie, weißt du, mit wem er sich verglichen hat? Mit Elvis Presley. Er, hat er in der Story herausgehauen. Ich habe mich gefragt, wie ist Elvis Presley, ne? Ich habe, ich habe gegoogelt, jetzt so, hat er Elvis Presley eine Sperre? Der hatte eine Sperre. Ein Jahr lang. Aber du wirst nicht erraten, wofür. Warum der die Sperre hatte. Warum? Rat mal, bro. Hat er irgendjemandes Frau, äh, was, was mitgehabt, oder so? Nee. Wo war es da? Wegen seinen Dance-Moves, bro. No cap. Seine Dance-Moves waren zu penetrant, provokant, was auch immer. Damals, 90er, äh, keine Ahnung, welche Jahre. Aber damals war es so. Was würden die zu so jemandem wie Cardi B damals sagen? Bro, Cardi B hätte, äh, die wäre in den Knast gegangen, der Fehler. Ja. Crazy. Krass, ne? Aber ja, deswegen, ich glaube, der ist übertrieben heiß zu spielen. Übertrieben heiß zu performen. Und der hat Bock, unter die Leute zu gehen. Deswegen, wenn nicht du wäre, bro, ich wäre verrückt, ich könnte nicht mehr schlafen. Ich, ich weiß nicht, ich bin bei solchen Events, weil ich habe zu oft die Erfahrung, ich habe Drake-Tickets damals gekauft. Ja. Ja. Drake hat das Konzert abgesagt. Ich habe Playboy Cardi mal gekauft oder wollte Playboy Cardi jetzt Ende letztes Jahr, ähm, hat die komplette Tour abgesagt. Bei diesen Leuten, ich weiß nicht, äh, Travis Scott bei Rolling Loud, ne? Gott sei Dank habe ich den dann nochmal, äh, gesehen, aber Travis Scott, Rolling Loud, in München, ähm, jetzt, letztes Jahr, ist am Ende zu spät gekommen und hat nur 10 Minuten gespielt. Und ich habe davon nur 5 gesehen. Ah. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich habe das Gefühl, mit La West war schon fast schon cool, so wegen diesem Mystischen. Also so, also ich finde es nicht cool, aber ich habe das Gefühl, wenn Playboy Cardi sich dazu entscheidet, ganze Tour abzusagen, dann ist das um noch mehr Spannung zu schaffen. Meinst du? Nee, oder warum? Was denkst du? Ähm, bei Cardi, bei Cardi glaube ich wirklich, das war Laune. Einfach keinen Bock gehabt. Also Cardi ist so eine Person, der ist wie Kanye. Der hat diese Kanye-Vibes in sich. Ja. Es gibt ja von seiner Ex, äh, wie heißt sie nochmal, die ist auch Sängerin, ich vergesse nicht. Von Playboy Cardi? Ja, wie heißt diese eine Blondine. Ich habe vergessen, wie sie heißt auf jeden Fall. Drop das mal in den Kommentaren. Ähm, die hat mal gesagt, dass Cardi als sein, äh, Sohn, Tochter Geburtstag hatte. PS4-Zock, PS5-Zocken war, ne? Ja, genau, mit, äh, mit, äh, Uzi. Ist er einfach rübergeflogen an dem Tag. An dem Tag! Er ist nicht so zwei Tage davor. Ja. An dem Tag hat er einfach keinen Bock, ist einfach rübergeflogen, um Playboy Cardi zu zocken mit Uzi. Und das ist, das finde ich schon wiederum nicht cool. Und das sollte man nicht unterstützen, weil das ist dein Kind, also das ist schon gerade drin. Sollte man schon da sein bei der Geburt, ne? Also so bin ich gerade, ja. Play, 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 Play ist ja auch wichtig, sage ich. Muss man ja auch ein bisschen bezeichnen, kann sein, gerade ein wichtiges Turnier oder sowas. Ich höre mal, ähm, Sam, du musst aufpassen. Nein, 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 ich werde Geburt bei uns, Kindes werde ich da sein, aber sowas von. Ähm, die ganzen Frauen da draußen haten dich gerade. Ich habe verkackt, ich habe verkackt, ich weiß. Ähm, aber wo wir gerade über Kanye gesprochen haben, was ich nochmal jetzt letztens auch gesehen habe und was mir klar geworden ist, Kanye West ist wirklich ein Trendsetter. Ja, safe. Er ist ein Trendsetter, wo im Gegensatz dazu, sage ich zum Beispiel, nehmen wir mal, wir nehmen mal als Vergleich, ähm, nehmen wir Drake als Vergleich, weil er sich ja gerne mit ihm vergleicht. Ich sage, Drake ist im Gegensatz dazu ein Trendhopper. Guck mal, ja, Drake ist kein Trendsetter, also nicht in Fashion zumindest, nein. Wenn man sich allein die Features anschaut, weiß ich mal, ähm, Drake nimmt die, die gerade am Poppen sind. Sei es J. Cole, sei es, äh, wer ist noch auf seinem letzten Album gewesen? Travis Scott, Savage, 21 Savage. Ja, so, weiß ich mal, er umgibt sich mit den Leuten, die poppen, aber Kanye West, Bro, der gibt einen Fake, Bro, der nimmt sich einfach Tidollas ein, jemand, der gefühlt schon Rente war, zwar wirklich so Credibility hat und so, aber er war, er war irrelevant. Ja. In dem Kosmos, weiß ich mal, er war irrelevant. Er nimmt sich den dazu und bringt ihn einfach auf Platz zwei oder drei der meist gestreamten Leute. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist, also, ich finde allgemein, Kanye macht, was Kanye macht, so. Ich glaube, Kanye ist so ein eigenes, ein eigenes Ding, so, du kannst ihn mit niemandem vergleichen, meiner Meinung nach, so. Du kannst Kanye nicht mit Jay-Z vergleichen, ich will nicht sagen, dass Kanye krasser ist, aber es ist einfach, er ist so eigen in das, was er macht, das ist sehr schwierig, ihn zu vergleichen. Das ist das. Weißt du? Also, er hat so seine eigene Lane, so, die er fährt und auch seine Moves und seine Alben und die Rollouts und wie er alles macht und so, ist schon crazy so. Aber warum gehen die alle nach Italien? Also, Travis war auch in Rom, jetzt Kanye in Mailand, warum? Ich weiß, es ist halt so Fashion City vielleicht, hat es was damit zu tun? Nee, aber die waren ja in zwei Städten. Travis war Rom, Kanye ist in Mailand. Kanye geht zu der Fashion City. Ja, ich glaube, bei Kanye ist auch, Kanye hat irgendwas mit Milan, so auf dem Song Carnival, da ist ja auch Dekor im Hintergrund, sind so Milan-Ultras, die das singen. Der sucht sich manchmal Dinge aus, der ist ja auch ein bisschen obsessed mit Deutschland auch. Ich meine, da war ja sein Döner essen, auf seinem Shirt hinten. Heißt das Album nicht auch irgendwie? Irgendwie so, also ist halt auf seinem Shirt, ich weiß nicht, ob das ein Reisadler ist, aber es ist ähnlich wie ein Reisadler, Bro. Da ist altdeutsche Schrift und so drauf. Ich glaube, der ist manchmal obsessed mit random Dingen. Aber Italien, ich weiß es nicht. Ich glaube, du es mir. Italien, ich weiß, also Italien hat natürlich, also wenn man jetzt so großen Wahnsinn nicht denken will, dann ist Italien, das ist halt Rom, das ist so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, ob es jemals so eine mächtige, also in der History, ich weiß gar nicht, jetzt werden die ganzen Geschichtsleute. Bro, Römer waren verrückt, ich glaube, das war so die mächtigste Force. Ja, ich glaube, das war, also ist in unserer History so mit die mächtigste Force gewesen. Also mächtigste... Sollen wir einen Geschichtspodcast machen? Ja, ich schwöre. Aber ja, die sind crazy. Es könnte sein, China war bestimmt größer, weil einfach von der Anzahl, aber ich glaube, von der Macht und von den auch Influenzen im Middle East so oder Mittelmeer. Bro, Römer war abgefuckt. Ich will, Bro, ich habe nicht zu viele Augen davon. Ich sage, ich habe wirklich 90 Prozent des Unterrichts geschlafen, so in Geschichte. Aber von dem, wenn ich ab und zu aufgewacht bin, Digger, ich höre so, Rom hat halb Europa übernommen, Bro. Europa komplett. Bis Ägypten oder so sind die Fragen. Nordafrika komplett. Bro. Also Türkei, diese Middle East, also ganz Saudi-Arabien und was weiß ich und so, Ägypten, natürlich. Die hatten da ein bisschen Stress mit so Kleopatra. Kleopatra und Cäsar haben doch was gehabt, oder? Ja, 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 die hatten diese so ESG-DM geslidet und so. Boah, Eschö, lass mal bitte so Geschichten neu einfach so beibringen, aber so mit ein bisschen neuen Wörtern und so. Ja, Eschö, Kleopatra, die war schon krass, oder? Die wollten auch tatsächlich nach Deutschland, aber die Germanen haben uns gedacht, nee, Digger, dann haben die einfach geslautert. Nee, ich glaube, die hatten hier einfach nur keinen Bock auf das Wetter, die Italiener. Ich glaube nicht, dass es Angst von den Germanen hatten, wie mächtig Rom damals war. Boah, die hatten Angst vor den Germanen, sag ich. Meinst du? Ich bin mir sicher sogar, Bro, das habe ich, glaube ich, im Geschichten durch mitgenommen. Versuchst du gerade deinen deutschen Pass zu retten? Sehr ehrlich. Ja, Digger, ich sehe den gerade schon. Damit du nicht remigriert bist, ne? Ich sehe dich schon am Brennen, Bro. Ja, ja, du versuchst gerade so ein bisschen, dich zu sichern in Deutschland. Ich verstehe für Deutschland. Die Germanen waren stabil, du meinst. Die Germanen waren stabil. Die waren wirklich stabil. Die waren wirklich abgefragt. Aber ich glaube, ich habe mir noch nie eine Serie oder einen Film über so alt. Ich auch nicht, Bro, aber ich schaue da meine Geschichtslärerin. Und damals, ich habe tatsächlich eine Zweigartengeschichte, obwohl ich nicht anwesend war. Aber jetzt so ein bisschen rausgehauen, Digga. Krass, krass. Hast du Vikings geguckt? Ja. Ja, Vikings, krass. Hast du geguckt? Ja, ja, ja. Ich habe nicht ganz zu Ende geguckt. Ich habe, glaube ich, Staffel 4 oder so aufgehört. Ich werde auch nicht mehr anfangen, das heißt, du kannst spoilern. Ich habe durchgezogen. War ein Vibe. Also diese, ich glaube, so waren die Germanen auch drauf ein bisschen. So raw und so. Ich glaube, die haben auch ab und zu einfach so raw Fisch gegessen. So raw Fleisch. Haben die auch Durstlöcher dabei getrunken? Bro, das ist safe. Sonst wären die nicht so stabil, Digga. Durstlöcher ist die Quelle für alle Energy. Mit raw Dingens. Raw mit raw Fleisch. Die haben gerade Bär geschlachtet. Ja, dazu einfach Durstlöcher, Zitrone, Bro. Und so. Ja, das war schon geil damals. Alles klar. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen beim Thema abgekommen, Bro. Kanye West. Thai-Dollar sein. Weißt du, wie alt Thai-Dollar sein ist? Nein, bestimmt 40 oder so. Ja, Bro, der ist 41 schon. Ja, aber die sind, Kanye ist ja auch 40. Die sind alle so alt, ne? Cleber Cardi gehalten. Drake ist 36. Drake ist 36. Die sind alle alt. Aber hast du gemerkt, dass die keine, das ist so wie beim Fußball mit Cristiano Ronaldo. Du bist jetzt, ich weiß nicht, wie tief du im Fußball bist. Nicht so tief. Nachdem Nigeria verloren hat, ich glaube, du guckst jetzt erstmal kein Fußball jetzt. Ich habe mich zurückgezogen erstmal jetzt. Boykaten. Ja, ja. Ich bin bis nächste WM, wenn Nigeria dabei ist, bin ich wieder raus. Nee, aber das ist so wie beim Fußball. Es gibt bis heute noch nicht so jemanden richtig, der Cristiano oder Messi, deren Platz übernimmt. Es gibt niemanden, der so stark genug ist. Und Shoutout hier auf jeden Fall an die Generation, die jetzt 30 ist. Weil, ganz ehrlich, es gibt noch keinen richtigen Drake. Nee. Es gibt keinen richtigen Travis-Ersatz. Es gibt keinen Kanye-Ersatz. Nee. Es gibt keinen Cristiano Ronaldo-Ersatz. Und es gibt keinen Messi-Ersatz. Und wenn wir in der Filmwelt gehen, vielleicht kann man sagen, Zendaya und was weiß ich und so. Also, aber ich finde sogar, in der Filmwelt ist es noch viel schlimmer. Da geht es noch viel weiter zurück in Generationen. Gibt es Leonardo DiCaprio? Nein. Es gibt keinen neuen Leonardo DiCaprio. Es gibt keinen neuen Will Smith. Es gibt keine neuen, obwohl Michael B. Jordan, könnte man sagen. Eventuell könnte er in die Bücher eingehen, ne? Aber ansonsten? Gibt es eine neue Rihanna? Nein. Was ist mit so Tyler oder sowas? Glaubst du die Tyler eher so One-Hit? Kennst du Tyler? Ja, ja. Von Wata? Glaubst du die wird? Ja, also ein bisschen, glaube ich, nicht so Mainstream. Also, dass sie so big wird, eher schwierig. Ich glaube halt, was so bei so Rihanna und sowas angeht, ich glaube, die müssen halt singen und tanzen können. So wie Beyoncé, so mäßig. Ja, das ist, also denkst du, Ice Spice kann Rihanna einholen, oder was? Ich sage Ice Spice. Ich glaube, die ist in zwei Jahren wieder vergessen. Aber hast du gemerkt, dass Play Boccardi obsessed ist mit ihr? Der redet viel über die, ne? Ja, der postet die und die ganze Zeit nicht so okay. Ich glaube, der mag diese roten Locken. Sie will anscheinend nichts von dir. So? Glaubst du, der hat keine Chance bei Ice Spice? Ich, ich, ich kann sie nicht. Bo, Play Boccardi ist on top gerade. Aber ich weiß nicht, ob, was die so für Typen stehen. Diese Grunge feiert, oder? Ja, ob sie diese Tanga, so ein bisschen so mysteriös ist. Sie ist aus New York, Bro. Sie ist aus Brooklyn. Oder Queens, oder so. Vielleicht hat, Bro, vielleicht hat deswegen Play Boccardi wieder ihr Vizofit gerockt. Weißt du, was ich meine? You go get deep in the shit. Alles macht wieder Sinn. Was du dir alles merkst. So weit, Bro. Ja, crazy. Crazy, was in der Musikszene abgeht. Soll ich mal ein bisschen zu Fashion switchen, weil damit haben wir ja auch noch ein bisschen was zu tun, tatsächlich. Was hast du für einen Fit an heute? Heute No Fade Studios Zip hoodie. Fresh, fresh. Da drunter T-Shirt ist ein Konzertteam von 50 Cent. Ah, du bist dort gewesen, ne? Ja, genau. Gekauft und Hose ist, glaube ich, Weekday. Baggagee. Fresh, Digga. Ja, auch entspannt heute. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Du bist heute Sample from the one and only coming from the South. Aachen City. Aachen City, Digga. Ich bin entspannt, Bro. Ich bin Track so teuer. Deputy von oben bis unten. Die Socken. Er weiß Bescheid. Deputy muss Unterhosen rausbringen. Ich will, Bro. Aber das Ganze ist ... Kompliziert? Eigentlich gar nicht so kompliziert, aber ich bin ein bisschen, was das angeht, habe ich erstmal andere Prioritäten gesetzt. Aber ich will im Sommer welche droppen. So für Dings und so. Für Schwimmhose. Ja, du feierst ja eh die Tangas, also du könntest der Erste sein. Warte, warte, warte. Woher kommt das mit den Tangas gerade? Mr. Kapu-Sonne. Warte. Wir haben über Unterwäsche geredet. Ja. Und wir haben ja schon bohend drüber geht. Und ich finde es krass, wenn du der Erste bist, dir sowas rausbringt. Tangas? Deputy Tangas? Vorsicht, Bro. Ja, jetzt laufst du doch. Aber bald kommen keine der viele Sachen mehr hier an. Nein, aber ... Nee, aber ich finde es geil. Ich bin auf jeden Fall unterwegs. Also ich finde allgemein ... Was trägst du für Boxershirts? Also jetzt auf No-Homo-Basis. Was trägst du für Boxershirts? Ich trage diese ... Wie heißen die? Also ich trage kein Sport-Boxershirt. Nicht diese engen. Diese richtig lockeren? Ja. Crazy. Die passen besser zu Baggy-Jeans und so. Diese lockeren, diese Karo-Dinger. Ja. Krass. Okay, habe ich nicht erwartet. Ich sage, Boxershirts sagen viele bei den Menschen aus. Ich sage, guck mal, es gibt Calvin Klein-Träger. Sam, du gehst gerade in die falsche Richtung. Aber ist das nicht so, Bro? Sagen nicht Boxershirts viel über den Menschen aus? Ich weiß nicht. Von mir aus können wir das Thema auch jetzt breaken. Warum? Wie viele hast du dir reingezogen, Bro? Hä, Bro? Ich habe viele Phasen in meinem Leben durchgemacht. Ich war lange Zeit Calvin Klein. Dann war ich auch teilweise ... Aber du beurteilst du Menschen? Du kannst dich ja selber beurteilen. Deine eigenen Phasen. Ja. Siehst du? Jetzt habe ich dich. Chill, jetzt hast du mich. Leute werden wieder klippen, Alter. Bro. Ja. Weißt du, du musst wechseln auf Capri, sondern bist du im Kopf ein bisschen aktiver. Ich glaube, diese Durstlecher ... Ich merke gerade, wenn man jetzt so das Thema im Nachhinein von außen betrachtet, ist du ein bisschen sass. Das Thema switchen, Digga. Ich sage Supreme Boxershots über alles. So, mein Statement. Nicht Calvin Klein? Nein, nein, nein. Supreme. Feierst du diese Calvin Klein Wave? Ist okay. Es hat sich durchgesetzt. Ich meine, sie machen ihren Job und so. Ich habe gestern ein Video gesehen von Central Sea mit Nike Tech Vlies. Ja. Und so Calvin Klein so beim Rappen und so. Und ich dachte so, irgendwie ... Ich bin kein Riesenfan von dieser ... Ich war nie Calvin Klein so voll. Ich meine, die Marke bin ich jetzt kein Riesenfan von. Ja, ich finde auch, was Kleidung angeht, nichts, was mich catcht. Wobei die ein paar coole Hosen haben. Aber hat Calvin Klein überhaupt so eine High-Fashion-Rubrik? Die haben Peaces bestimmt. Ja, aber die haben nie so eine Runway gehabt oder so was, ne? Nee, aber die haben alles. Das sind so Brands wie Tommy und so. Die haben einfach alles einfach. Ja, die haben noch ein bisschen teilweise Streetwear-Szene reinzuholen, habe ich das Gefühl, mit so Umhänge-Taschen und so. Also ist das tatsächlich ... Calvin Klein ist, glaube ich, nur für deren ... Bei mir zumindest oder generell nur für die Boxershorts wirklich bekannt, ne? Ja. Aber das haben sie drauf. Ich glaube, Brands brauchen teilweise auch einfach nur eins, wo die gut sind. Ja, safe auf jeden Fall. Also, ich glaube allgemein so auch ... Ich bin ein riesen, riesen, riesen Fan von Deputy Accessoires. Ich finde, das ist eine der Sachen, die du am besten kannst. Von Deputy Accessoires? Ja, ich finde, du kannst das sehr. Ich küsse dir richtig, richtig, richtig gut. Ich war so Ambassador, was die Taschen angeht. Ich glaube, das weißt du. Ich weiß, ich weiß. Und daher, also ich finde Accessoires auch die Heat Reactive, Beanies. Hast du so eine? Nein. Trägst du Beanies? Nicht so viel. Sehr nice, Bro. Ich bring dir nachher trotzdem so fünf, sechs Stück vorbei. Danke, danke. Also ernst. Die Gürtel waren geil. Kuss. Sehr, sehr cool verpackt. Zählen Schuhe als Accessoire für eine Brand? Nein. Nee, will ich nicht sagen. Das ist eine eigene ... Das ist eine eigene Footwear. Ja, ja. Das ist eigen. Ich würde Ketten von dir feiern. Voll, Bro. Hab ich auch ... Weil du trägst viele Ketten. Ich trage ja, weil ich gar keine Ketten. Wie kommt es eigentlich, dass du keine Ketten trägst? Ich habe eine Zeit lang früher auch so Perlenketten und so getragen. Oder allgemein mehr Ketten. Aber irgendwie gibt es zurzeit keine Kette, die mich so extrem catcht. Wobei die Leute, die mich lange verfolgen, auch YouTube-Zeiten und die ersten zwei Jahre auf TikTok wissen, dass ich ... Es gab so ein Set von Vitaly Design. Ich weiß nicht, ob du die Marke kennst. Ja, ja, kenn ich. So eine Kette und ein Bracelet, was ich einfach vier Jahre lang nichts anderes getragen habe. Okay. Und das war mein Go-To, was ich einfach die ganze Zeit anhatte. So, und irgendwann, das war letztes Jahr, kam ich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, okay, es reicht. Ich habe vier Jahre lang die gleiche Kette, das gleiche Bracelet. Weißt du, was ich bei dir sehen würde? Ich habe die Freiheit einfach, aber ... Also, Nokia hat so eine fette Iced-Out-Chain mit deinem Face drauf. Also, ich meine es ernst, Bro. Ich weiß nicht, ob ich ... Ich habe voll Bock auf Goldketten. Custom? Also, irgendwas, was jetzt zu wenig angefertigt ist oder einfach random? Nein, nein, nein. Einfach so geile Goldketten. Aber ich traue mich einfach irgendwie nicht, weil ich keine Ahnung habe von diesem Jewelry-Ding. Ich bin noch nicht gut. Ich war mit einem guten Freund von mir in Antwerpen. Er hat für seine zukünftige Frau ... Ehring. Ehring, also eine Verlobung oder Antragsring. Ich weiß gar nicht, was man den heutzutage nennt. Ehring ist ja danach. Klar. Diamond, mit so einem Diamond. Und dann haben wir uns extrem mit dem Thema beschäftigt. Was gibt es für Schlüpf, was gibt es für Reinheit und so. Und ich war Profi danach. Wir waren einen kompletten Tag da und haben auch am Tag davor uns damit beschäftigt. Und das ist schon ein Riesenthema, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon echt crazy. Und du kannst da echt verarscht werden, glaube ich. Aber ich habe dann einfach irgendwie bemerkt, wie deep eigentlich das Ganze ist. Aber ich hätte voll Bock. Ich finde, es gibt bestimmte Leute, denen ich persönlich auch folge. Ich finde auch bei Clint sieht es sehr cool aus. Bei jemanden, denen ich folge, Levi Bentley sieht es sehr, sehr nice aus. Diese mehrere Goldketten oder auch hier so. Aber bei dir sehe ich das. Nein, 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 bei dir sehe ich das. Also es gibt für mich Silbermännchen und es gibt Goldmännchen. Es gibt Silbermännchen und es gibt Goldmännchen. Das ist wirklich ein Fact. Und du bist für mich mehr ein Goldmännchen. Aber es liegt auch ein bisschen am Tag und so an den Farben, die du sonst gerne trägst. Ähm, doch, safe. Würdest du Silber und Gold mixen? Mixen? Auf keinen Fall. Also, wenn ich mich angucke, ich bin ein voller Silbermännchen. Ich weiß nicht, bei mir ist Gold immer ein bisschen zu, finde ich, zu aufdringlich. Ich trage, glaube ich, nur Silber. Und wenn ich da jetzt noch Gold mit reinnehmen würde, weiß ich nicht. Wäre es zu viel? Ne, sehe ich gar nicht. Und du trägst sehr viele Bracelets, ne? Ja, ich mag es gerne, wenn ein Arm voll ist. Okay, krass. Aber das ist auch ein Trend, so ein bisschen, ne? Ist es ein Trend? Bei mir ist es tatsächlich aus Faulheiten stand. Also, ich habe schon bei vielen Leuten gesehen, dass halt so viele Bracelets... Bei mir ist es aus Faulheiten standen. Weil ich einfach viel dran hatte und zu faul war, immer abzunehmen. Ja. Und irgendwann fand ich es einfach cool, dass man mehr am Arm hat. Dass es was zu gucken gibt. Aber du bist jetzt kein großer Ringe-Mensch. Ne, ich habe einen Ring. Du hast gar keinen? Ich habe zurzeit gar keinen. Ich hatte immer so zwei Stück. Aber sogar die hatte ich auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und ich habe zurzeit eigentlich... Ich habe eigentlich an Jewelry zurzeit gar nichts mehr. Außer Ohren. Okay. Aber ansonsten, ich trage zurzeit gar keine Jewelry. Ich finde es irgendwie zum Teil nicer so. Einfach gar nichts. Lilladi hat auf seinem neuen Musikvideo, Cold Sunday, hat er auch... Der ist eine Person, die eigentlich sehr viel trägt. Fette Ohrringe, fette Ringe. Der hat gar nichts getragen da. Super clean, gar nichts. Das sah wirklich nice aus. Also ich finde das auch ein Style. Nichts zu tragen ist auch ein Style. Aber für Leute, die tragen, kann ich nur empfehlen, weil wir gerade über Ringe geredet haben. Sucht euch eins aus, wo ihr euer Ding habt. Seien es Ketten, seien es Armbänder oder Ringe. Und dann haut da auch gut was hin. Ich finde das cool, wenn es immer viel zu sehen hat. Aber ich würde nicht übertreiben mit zu viel Ringe und Armbänder zum Beispiel. Das ist nur meine Meinung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also auch in der Hinsicht, also ich würde auch auf jeden Fall übelst feiern, wenn du mal Bracelets oder so rausbringst. Ich habe super Bock drauf und im Handelsregister, nicht im Handelsregister, im Markenregister, ist dabei Deputy sogar eingetragen auch als Jewelry Brand. Einfach, weil ich das direkt auch so vor Sorge gemacht habe, damit ich irgendwann das auch droppen kann. Aber es ist halt eine Welt für sich. Also alles Wissen, was du hast, über Klamotten und Textilien, bringt dir gar nichts da. Deswegen habe ich bisher noch nicht die Zeit gehabt, dafür mich da reinzuleben, weil ich habe Bock drauf. Du brauchst auch jemanden, der ist gut. Also Craftmanship muss auch sehr gut sein. Ja, also würde ich auf jeden Fall auch extrem feiern. Weil wie gesagt, ich finde mit den Accessoires, ist ja auch ein Teil das Packaging, immer auch bei den Taschen und so. Ich finde, du hast da schon ein gutes Auge für. Und ich glaube, du würdest schon ein paar nice Bracelets und so rausbringen. Yes, sir, bro. Ja, also ich könnte, oder ich würde sagen, wir gehen auch direkt auf das passende Thema dazu. Und zwar das Bracelet von Liliadi. Hast du gesehen? Ich habe ein Highlight, also ich habe ein Video gesehen. Das ist ja so ein, kennst du diese Wachsmalschrifte von früher? Aha. Die von der Brand Crayon, Crayon, ich weiß nicht. Okay. Das sind diese, jeder kennt die. Wenn man ein Bild einblendet, das sind immer so blau, rot, gell. Also halt Wachsmalschrifte, ne? Und ich weiß nicht, was das so eine Beziehung zu diesen Stiften hatte, aber letztlich einfach ein Vollgold oder mehrere Vollgold-Armänner mitgemacht. Ich glaube, Massivgold. Krass. Oh, das klingt, ich finde es richtig nice. Ist auch bestimmt teuer, ne? Vollgold? Teuer, teuer, teuer. Ja. Meinst du, schwer? Save. Es gibt jetzt ein Video von dem Boxer, Bro, oder von dem MMA-Kämpfer. Der war sich wiegen, die müssen ja vorher mal Gewicht wiegen, ne? Der geht drauf, Bro, und irgendwas hat dann nicht so ganz gestimmt. Der sagt einer so, ey, zieh mal die Uhr aus, ne? Der zieht Vollgold-Uhr aus, einfach halber Kilo weniger, Bro. Der hat einfach einen halben Kilo am Arm. Das ist hart. Also, Gold ist schon sehr, sehr schwer. Ja, ich finde auch, eins der witzigsten Videos, finde ich, wo 50 Cent sich lustig gemacht hat über Buster Rames, über seine riesige Cuban Chain, die es ja wirklich... Ist die Gold? Ich weiß nicht, was die ist, aber die ist Gold, also, ne? Sieht so aus, ob die jetzt komplett voll Gold ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung von sowas, aber, Bro, was für Nacken musst du haben, um das zu tragen? Oder seinen Nacken ist bestimmt richtig halt unten immer. Das ist crazy. Also, allgemein frage ich mich, dass manchmal bei den meisten Rappern, ob die nicht Nackenschmerzen kriegen. Wie den ganzen Dings? Aber die tragen das ja tatsächlich immer nur so für... Ich habe das Gefühl, die tragen das nur, wenn irgendwas Besonderes ansteht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die on the daily... Wer ist so eine Person? Ich glaube, auch Set hat richtig viel auch. Ja. Le Baby und so. Also, es gibt ja so ein paar Rapper, die dafür bekannt sind, dass sie das Gefühl zehn Ketten anhaben. Das kann nicht gesund sein, Bro. Das kann nicht gesund sein. Ja, und manchmal sind die halt so stacked übereinander und dann hast du so einen Haufen... Aber hast du irgendein Custom Piece bisher? Hast du irgendwas, was so extra gemacht wurde? Nein. Hättest du Bock darauf? Oder was würdest du machen? Wenn du jetzt ein Piece unlimited... Ich finde, du hast es letztens sehr gut eigentlich getroffen. Ich würde schon gerne Grills haben. Ja. Aber so halt Silber komplett... Komplett alle Zähne? Nee, nee. Nur so einen. Exakt. Aber halt komplett so Silber oder Gold. Aber ich glaube, wenn... Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich zurzeit tragen will, ob Gold oder Silber. Aber so, ne? Das wäre eine Sache, was ich auf jeden Fall nice finde. Ich hatte mal einen vor zwei Jahren oder so, aber der ist halt... Den habe ich Amazon gekauft. war auch Schrott. Okay, okay, check. Aber ansonsten... Custom zurzeit... Ich weiß nicht. Ich bin gar nicht so im Kopf gerade bei so Jewelry. Ja? Ist ja auch so eine... Ist ja auch für sich fast schon so eine Welt. Ja, voll eigene Welt. So alleine Uhr zu kaufen ist ja voll die eigene Welt heutzutage. So welche Uhr, was hat Mehrwert, was ist ein Investment, was ist kein Investment. Das musste ich auch erstmal so ein bisschen lernen. Habe ich... Das Ding ist bei so Uhren und Jewelry im Vergleich, diese Custom Pieces, Bro, die haben kaum einen Wert, aber sind verdammt teuer. Das heißt, wenn du Sachen machen lässt, Bro, und da 100.000 Euro für auf dem Dich liegst und sagst, du gehst irgendwann mal in den Krat, Bro, und du willst verkaufen, dann sind meistens noch 20.000 Euro Materialwert oder so übrig, aber nicht mehr. Weil ich meine, deswegen, das muss man sich mal krass überlegen, wobei Uhr teilweise echt geile Investments sind. Ja, Uhren sind wirklich gute Investments. und wie manche damit sogar Gewinn machen, ist schon cool. Ja, ja. Shout out Mark Geberber. Ja, Mann, ja, Mann. Ey, Mark Geberber, mach mir mal eine Uhr. Nicht mach mir eine, aber besorg mir eine. Lass mal es haben, einen Uhren. Ja, ja, guter Preis. Guter dir. Ja, Mann. Bro, wir haben letztes Mal darüber geredet, was es so dieses Jahr für Brands gibt. Ich würde gerne einmal von dir wissen, was sind drei Brands, die bisher noch nicht am Poppen waren, die 2023 auf jeden Fall steil gehen werden. Upcoming Brands. Nee, die müssen nicht mal kleine Brands sein. Kann auch sein, dass die jetzt schon so großen, aber wer wird 2024 seinen Hype haben? Welche Brands werden 2024 die Upcoming Brands des Jahres sein? Ich glaube, CP Company auf jeden Fall. CP Company? Okay. CP Company ist Upcoming, also ist speziell jetzt, wo Kanye den Rest gegeben hat mit Stone Island, mit dieser Hulli, Hulli-Gang-Geschichte, weil Stone Island kommt von der Hulli-Gang-Szene, CP Company auch ein bisschen und ich glaube, Kanye ist so eine Person, die so viel Einfluss hat, wo Leute auch gerne zwischen den Zeilen lesen und Playboy Kadi hat ja auch so diese Vibe, diese Hulli-Gang, ich zerstöre alles Vibe und ich glaube, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese zwei Marken schon eher den Mainstream oder die große Mehrheit erreichen können, speziell, da es auch viele Rapper gibt, die es feiern, weil sowas wie Rick Owens ist schon eher schwieriger dann, ist auch teurer natürlich, also das Software wäre auf jeden Fall zwei Marken, also Stone Island, CP Company sind ja aber mehr oder weniger die gleiche Marke, also gleiche Owner, ist auch sehr ähnliches Design, Upcoming noch, würde ich sagen, dieses Jahr ist trotzdem Rick, also ist einfach so irgendwie ein bisschen. Glaubst du, Rick wird sich da anpassen und vielleicht günstigere Pieces machen für, glaubst du, das sieht man gar nicht? Ich glaube nicht, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die halt eher Pieces machen, die mehr den Mainstream ansprechen. Meinst du, dass sich da Rick Owens so in die Richtung niederlässt? Also runter? Ja, mit den Sneakern hat er es ja schon mal gemacht, dass die Sneaker ein bisschen so diese Converse-artig sind. Ein bisschen tragbarer, ne? Genau, also das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, CP Company kann ich mir gut vorstellen und von so den kleineren oder ein bisschen mehr so Streetwear-artigen Brands, ich sehe da einfach Palace gerade. Ich finde, Palace ist so, hat coole Collabs gemacht und kann ich mir vorstellen, dass die irgendwie vielleicht vielleicht noch, wenn die so weitermachen zumindest, ist es schon so ein, wieder so eine stabile Hype oder wie man das auch nennen will, kriegen. Geil. Also, glaube ich, es gibt keine Brand, wo ich nicht übereinstimme. Ich will noch einen wilden Guest dazu tun. Ich bin jetzt gespannt, was du sagst. Ich sage, Puma wird 2024 poppen. Okay. Ich habe letztens einen TikTok gepostet, wenn du das gesehen hast, wo ich Puma-Schuhe getragen habe. Auch so Puma-Schuhe, die man sonst wenig sieht. Ich glaube, Puma Palermo heißen die. Ja. Und die sind echt verdächtig gut angekommen. Ich bin jetzt ein bisschen auf Gegenwind gestoßen, so, keine Ahnung, ein paar Kommentare, Sam, was soll das sein, was sonst für Schuhe. Aber Leute haben die tatsächlich ganz cool gefeiert. Zudem kommt, dass A$AP Rocky eine geile Kampagne für die hatte. Ja. Rihanna hat eine geile Kampagne für die. Ja, Rihanna arbeitet ja lange mit Fenty, mit denen irgendwie. Genau. Skepta hat mit denen zusammen eine Jacke, die auch geisteskrank aussieht. Ich sehe, dem steht eigentlich nichts im Wege, außer das Puma-Logo, was echt wake aussieht. Ja, also ich glaube halt nur, dass Puma schon ein bisschen mehr Silhouetten rausbringen muss, die ein bisschen cool. Weil es gab schon Silhouetten, die ich nicht so gefeiert habe. Ja. Und Puma hat, ist so ein bisschen zu sehr wie Adidas so die ganze Zeit nur alte Designs wieder neu machen. Nike hat es ja auch sehr oft gemacht, aber trotzdem hat schon Nike speziell mit den TNs und viele auch so ein bisschen Tech-artigen Schuhen versucht ein bisschen mehr mit der Zeit und mit so den neuen Technology und ein bisschen alles ein bisschen cooler, Nocta und so diese ganzen Geschichten. Also das würde ich auf jeden Fall auch extrem feiern, wenn Puma ein bisschen mehr in der Richtung geht. Es gibt auch ein paar alte, wenn ich jetzt so überlege, ein paar alte Designs von Puma, die sehr cool aussehen, wenn man die neu ein bisschen umgestaltet. Ich hatte mal einen, ich versuche den auch jetzt hier einzublenden. der sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus, wenn man den glaube ich ein bisschen nochmal ein bisschen umdesign. Ansonsten hast recht, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Puma da jetzt... Wirst du down dafür? Würdest du Puma tragen? Bestimmte Schuhe auf jeden Fall, also bestimmte Sachen safe. Jetzt auf großem Ganzen bin ich jetzt nicht so der größte Puma Mensch, aber ich wäre auf jeden Fall offen für was Neues so safe. Krass, ich finde es geil, ich glaube dieses Jahr tut sich dadurch, dass Nike sich ein bisschen im Sneaker Game ein bisschen zurückgezogen hat, vielleicht gezogenermaßen, weil einfach nichts Neues kam. Ja, es war auch zu viele Jahre jetzt. Zu krass, ne? Tun sich da neue Möglichkeiten auf Adidas und Puma, ich denke, da wird es auf jeden Fall gute Alternativen geben. Ich überinnere mich, im letzten Jahr 2023, 2022 war Adidas als Schuhe gar keine Alternative. Okay, 2023 ja, wegen Sambas und so, aber davor war Nike einfach Monopol, wobei jetzt ein neuer Schuh rauskommt, ne? Ja, aber wo man auch dazu sagen kann, Yeezy gehört ja zu Adidas. Okay, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, Adidas hatte dadurch schon alleine Hype. Okay, stimmt, stimmt, aber ohne die Unterbrand Yeezy, Adidas an sich, gab es seit einem Superstar keinen richtigen Hype mehr. Keine Relevanz, nein. Hast du einen neuen Schuh gesehen von Nike? Den TN, ja. Nicht TN, DN. DN? Ja, der heißt Nike DN. Crazy, ne? Ich war auch. Ich habe es in meinen Kommentaren gelesen, ich dachte immer, die Person schreibt aus Versehen, will TN schreiben, schreibt DN, aber ach, crazy, der sieht cool aus, auf jeden Fall. ich hoffe, dass er nicht irgendwie zerstört wird, so, aber ansonsten, ich glaube, es gibt bestimmt Colorways, die nice aussehen, also ich bin offen für diese Tech-artigen Schuhe allgemein. Ich glaube auch tatsächlich, weil wir gerade, das ist ja, es sieht ein bisschen aus wie ein TN, ich glaube auch, dass Nike einfach Bock hat, etwas Neues zu machen, ohne diese Vorbelastung vom Nike TN, weil TN ist ja schon teilweise in einem schlechten Munde so ein bisschen runtergeredet, deswegen haben die gedacht, komm, Nike DN, kompletter Neustart, ey, und Supreme hat sich auch gedacht, direkt Coop damit zu machen. Es gibt jetzt schon. Ja, ich habe die Supreme, würdest du dir den Supreme holen? Ja, 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 Den DN? DN, ja. Wie teuer denkst du, ist der jetzt schon? 180? Ist der? Jetzt im Vorverkauf. Achso, aber im Resale wird der bestimmt noch viel teurer. Ja, da hast du glaube ich mehr Einblicke. Wie teuer ist denn der, du hast Shocks, ne? Shocks, ja. Supreme, wie teuer sind die Resale? Teuer. Ist der Extrem geworden? Ja, sehr toll. Wie viel? Die Supreme Shocks, also der Schwarze kostet fast 800. Krass, krass. Ich glaube, die werden sich eh nicht bewegen, vielleicht ein bisschen günstiger, weil es neue Silhouette ist. Aber krass, wo ich jetzt so teuer sind. Also ich glaube, der fängt bestimmt bei so 300 an im Resale und dann geht er langsam, langsam hoch, je nach wie viel Nike auch davon droppt. Wenn die jetzt voll gehen, dann bleibt der nicht viel teurer, dann bleibt der so um den Dreh. Ja, aber auch geiler Schuh. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr gespannt, den in real life zu sehen und den anzuziehen. Der soll ja unnormal bequem sein. Der DN? Ja. Der sieht ja nicht... Neue Technology und so. Sagst du, dass da Nike nochmal die Zeit genutzt hat und einfach komplett das Upgrade gemacht hat? Ja, also ich habe ein Video darüber gesehen, das soll so ein bisschen... Wann droppt der? Ich weiß es nicht. Ist noch nicht bekannt? Nein, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ein paar Rapper haben den schon, ne? Ja, ich habe bei ein paar Leuten habe ich den schon gesehen, ehrlich gesagt, die letzte Woche so. Aber so bei Social Media gesehen oder in real life gesehen? Nein, allein in Social Media. Achso, hätte ich direkt abgezogen, wenn ich den mal sehen würde. Ey, stehen bleiben, was sind das für Schuhe? Nein, in real life habe ich den nicht gesehen, nein. Es wäre schon geil, den mal in real life zu sehen gerade, ja. Aber ich glaube, keine Chance, solange sie noch nicht die 10 Minuten auf den Händen geklackt haben. Ja. Deswegen. Safe. Ansonsten war, was ging noch ab letzte Woche? Fashion Week war. Fashion Week? Findest du Fashion Week ist relevant zurzeit? Nicht so, wie es mal war, ne? Also, das einzige tatsächlich Botschafter für mich sind halt immer so Rapper oder Artists, die da hinfahren. Ich habe durch Central Sea bin ich aufmerksam geworden, der Post gemacht für Burberry. Burberry war ja so Main Event gefühlt. Aber sonst hätte ich davon gar nicht mitbekommen. Ja, so die, voll viele große Fashion Häuser. So ein bisschen, ich finde, ich finde Burberry ist gerade late to the party. So jetzt haben die realisiert, Rapper sind wichtig oder so. Streetwear oder so die Culture ist wichtig. Ich denke mir so, okay, du bist ein bisschen zu spät für die Geschichte so. Weil Supreme hat es 2000, äh, Louis Vuitton hat es 2016, 15 mit Vergeo gemacht. Mit Vergeo Lablo. Daher, so ich finde es so ein bisschen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich genau davon halten soll. Von Burberry allgemein? Ne, von allgemein so, dass halt gerade diese große Fashion Häuser so, jetzt auch noch aufwachen. und ich denke mir so, ja okay, und jetzt? So weißt du, was ich meine? So, aber, ähm, im Großen und Ganzen ist es natürlich cool für die Culture so, ist noch mehr Credibility. Ähm, aber, ich weiß nicht, irgendwie hat es für mich einfach nicht so den schönsten Beigeschmack, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach, ein bisschen jetzt auch ein Trend-Hop, ein Rapper-Rest. Ja, so einfach, ja okay, also ich fand es, ich finde es, ich fand es cooler, als die in England auch sehr viele, auch so, äh, Schauspieler eingeladen haben und da war auch Burnerboy dabei und so, das habe ich ein bisschen mehr gefühlt, weil das so ein bisschen Schauspieler, Burberry, das ist so ein bisschen mehr, da sehe ich halt zumindest die, die Combination, so weißt du, was ich meine? ne, aber dass du dann jetzt auch noch Rapper holst, weil es cool ist, die zu holen und speziell so jemanden wie Central Sea, dann denke ich mir, du willst auf jeden Fall auf den Trend hoppen, also relax. Ach ja, einmal Central Sea, Alter. Ja, man. Aber ja, ich checke. Ja, ich habe auch nicht so viel mitbekommen von der Fashion Week tatsächlich, ich sehe nur Leute, die da sind, fangen ein paar coole Namen und so, ein paar coole Outfits, die ich gesehen habe, aber sonst ist glaube ich so Paris Fashion Week. Es ist auch gerade keine Kollektion, also es gab ja schon ein paar Jahre, wo die Fashion Week Kollektion oder die Runways so komplett in Social Media, weil irgendwas Krasses gemacht wurde, so komplett alles übernommen haben, letzter Zeit gar nicht mehr. Ist halt immer Louis Vuitton halt so ein, so ein Jahresereignis, ne? Ja, so ein bisschen, aber ansonsten passiert nicht mehr viel. Also ich finde schon, dass Virgil Abloh, jetzt Shoutout hier an ihm. Junge, ich bin so neidisch auf dieses Buch. Warum packst du das eigentlich nicht aus mal? Ja, keine Ahnung. Zu Shoutout? Bei solchen Büchern denke ich immer, ja, die könnten so dreckig, werden, aber muss ich auf jeden Fall mal machen. Also der Rest ist ja ausgepackt. Ich glaube, das und das von Snoop Dogg ist noch nicht ausgepackt, aber die sind auch die neuesten gerade und Shoutout auf jeden Fall an ihn, weil ich finde schon, dass er so einen guten, frischen Wind reingeholt hat in der Fashion-Welt und er hat auch dafür gesorgt, dass viel mehr Leute sich dafür interessieren und man hat gemerkt, sobald er weg war, war das Interesse nicht mehr so groß, wobei wir hier wieder zu der nächsten Person kommen könnten und sagen, Pharrell hat nicht den gleichen Einfluss. Hat er auch nicht, kann man nicht sagen, hat er nicht, aber ich sage erst trotzdem, ob ich so die beste Nachkomme und die Stätis gäbe. Also von darüber brauchen wir gar nicht zu reden, aber es ist ein bisschen nicht so, der hat nicht so viel Bälle gemacht, wie ich es mir gewünscht hätte. Hättest du mehr erwartet? Ich habe nicht mehr Designs, also mehr so können, aber ich habe mehr drumherum erwartet, ich habe erwartet, dass er so ein bisschen mehr Hype um Lou Vuitton macht, ein bisschen mehr so die Culture mitnimmt, ein bisschen coole Events, irgendwas, ein bisschen mehr so die ganze Jugend und so wir als Konsumenten so mitnimmt, so wie Virgil es gemacht hat. Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht braucht er gerade ein bisschen Anlaufphase für den Samstag, ich hätte aber auch Bock drauf. Sagst du denn, oder beziehungsweise, okay, ich sage dir als Brands, okay, und du sagst, ob die Brand gerade in der Prime ist, ob die Prime noch kommt oder ob die Prime war. Was sagst du? Wir fangen an mit Lou Vuitton. Let's do it. Prime für mich war. War? Ja. Supreme. In drei Jahren. Supreme. Supreme auf jeden Fall war. War? Ja. Okay. Palace. Kommt. Obwohl Prime war und jetzt vielleicht, vielleicht neue Prime. Nike. Always Prime. Immer Prime. Immer Prime. Okay. So, wie heißt der nochmal von Transformer? Das ist Optimus Prime. Optimus Prime. Sagst du, Nike ist Optimus Prime. Adidas. War. Gucci. Auch war. So. Ja. Diesel. Noch. Immer noch in der Prime gerade drin. Ja, so. So am rausgehen. Okay, okay, okay. So am Ende. So letzte, so. Aldi. Aldi? Aldi. Aldi ist Thanos. Was heißt das? Ist ultimative Optimus Prime. Du liebst Aldi, ne? Aldi. Rewe. Keine, keine, keine Kommentar. Okay, okay. Ich wange auf dem Thema. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, äh, was sagt die Zeit? Okay. Fünf Minuten. Ja, wir haben fünf Minuten. Äh, wir haben glaube ich alle unsere Themen so ein bisschen gemacht. Ja, ich meine den, als, machen wir mal eine deepere Frage. Shit. Wie war deine Woche? Deepere Frage. Wie war meine Woche? Ja. Welchen Tag haben wir heute? Wir haben heute, haben wir Mittwoch. Wie wir beide gerade überlegen mussten, welchen Tag wir haben. Wir leben einfach so. Wir leben ein bisschen. Leben wir richtig oder falsch? Leben wir richtig oder falsch? Ich glaube, für die Menschen da draußen scheint das bestimmt so nicht unbedingt der beste Weg, weil wir leben einfach in, ich glaube, wir, ich glaube, die meisten realisieren nicht, wir arbeiten so viel, dass die Tage ineinander so übergehen. Übergehen. Es gibt kein Wochenende, keine Woche, und kein gar nichts eigentlich. Wir haben uns heute um 8 Uhr, nee, wir haben 10 Uhr verabredet, ne? Ja. Und seit 10 Uhr treffen wir uns. Und der liebe Sammy schreibt mir um 6 Uhr eine Nachricht. Ich weiß nicht mehr, worum es geht, aber er schreibt mir, er slidet auf jeden Fall meine WhatsApp-DMs, ne? Um irgendwas ging's. Ich dachte, er ist gerade aufgewacht. Als ich hingekommen musste, ich habe erfahren, dass er um 6 Uhr schlafen gegangen ist, Digga. Ja, ich bin hier am Renovieren. Ja, du hast auf jeden Fall ... Ich habe Türen gestrichen, ich habe ... Also hauptsächlich habe ich eigentlich gestern Abend Türen gestrichen und ich musste eine Wohnung gestern Abend so ein bisschen retouchen, also so ein bisschen vorbereiten zur Übergabe. Okay, okay. Genau, deswegen war das halt so eine lange Nacht und ich bin so ein Nachtmensch, du bist so ein Morgenmensch, ne? Ja, voll. Ich habe das Gefühl, du brauchst ein bisschen am Tag zu starten, aber abends bist du immer super ready, bei mir ist es anders. Online. Ich bin, Bro, ich bin ab dem Moment, wo meine Augen aufgehen, bin ich 100% da. Ne, ich brauche Anlauf. Aber ... Ich bin wie so ein altes Auto, so ich brauche so, du musst anmachen und dann draußen, weiß nicht, ob dein Papa so ein Auto mal hatte oder so, aber mein Vater hat sein Auto angemacht, ist reingegangen, hat Tee getrunken, gegessen, so ein Auto musste so langsam einfach warm werden. Welche Marke? Alte Autos, Bruder. Welche Marke war das Auto? Peugeot. Peugeot. Twingo von meiner Mutter. Oder Toyota. Wuhu! Habe ich dieses Auto auseinandergenommen? Boah, ich bin auch tatsächlich lange noch mit dem Twingo von meiner Mutter herumgefahren, ne? Ich bin, ähm, herumgefahren, Leute haben mich immer teilweise erkannt, Also alter Twingo, Bro. Also wirklich alter Twingo. So ein alter, lilaner, Bro. Der fährt gerade noch so, ich glaube, der hat keinen TÜV nicht mehr. So, hoffentlich sieht das jetzt TÜV amt nicht, aber der hat keinen TÜV, ne? Ähm, Disclaimer, ist alles nur Spaß. Ist alles, also der TÜV, klar, der TÜV, was red ich? Auf jeden Fall, Leute erkennen mich, ey, ist das nicht Sam und so? Hä, warte, fährst du Twingo? Ja, Moment normal. Und so, geil. Aber meine Woche war gut, Bro. Ich bin, doch, war ganz geil. Ich habe gestern viel Sport gemacht, habe ein bisschen Muskelkater heute. Ich habe gut gegessen. Was bei Ikea? Ich war bei Ikea, Bro. Ich war gut einkaufen. Ich habe noch einen Cactus. Hast du dir, äh, was bei Ikea zu essen geholt? Sehr wichtig. Ja, Bro. Ich bin früher zum Essen zu Ikea, ne? Ja, das Ding ist, Ikea ist auch Branding von Ikea ist krass. Ja, Mann. Ich schwöre, Branding von Ikea ist krass. Virgil hat nicht ohne Grund mit dem Co-op gemacht. Ähm, Bro, bei denen ist das ein Erlebnis, dahin zu gehen. Sure. Man geht da, Diese Krimtschnecke, ne? Ist anders, Bro. Die sind heftig, ne? Ist anders. Aber ich sage, puh, das geht verrückt. Ich sage, dieses Eis ist es für mich. Dieses Soft-Eis. Einfach so, einfach mal dieses Eis snacken und dann genießen. Also, das ist ein Erlebnis. Wer was gegen Ikea sagt, hat ein Problem. Ja, ja, ja. Selten. Wie war deine Woche? Äh, Umzug. Viel halt so, äh, Bob der Baumeister-Style. Ja. Hast du auch tatsächlich, ne, ich habe keine Ähnlichkeit mit ihm, aber, ähm, ich habe Küche gemacht, gestrichen komplett, dann die Türen gestrichen. Ähm, ja, ich habe mehr so, Hausmanns- Stuff. Stuff gemacht. Maschine. Den Handwerk heraus hängen lassen. Maschine, sowieso muss das sein. Ja, Mann, ja, Mann. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle, Bro. Beenden wir. Darf ich das Outro machen? Ja. Gibst du mir wieder Ad-Libs? Let's go! Okay. So. Äh, geile Folge, sehr, sehr interessante Folge. Ich möchte von euch allen, dass ihr auf jeden Fall jetzt ein Like da lasst, ein Abo da lasst, kommentiert, worüber ihr gerne reden würdet, was ihr gerne hören würdet, was euch interessiert. Ähm. Yes, sir! Und ansonsten sind wir genauso hyped wie ihr auf die nächste Folge. Es gibt viel zu besprechen. Jede Woche passieren neue Dinge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei der Bagus Society. Peace. Peace! Uh, der hat auch noch geklatscht, Bro.